hallo und herzlich willkommen zu den voiceover cast news am freitag und ich hoffe ihr habt gestern reingeschaut throwback first day gestern mit dem bmw e30 m3 und damit haben wir quasi schon drei donnerstage mit altem automobilen content gefüllt erst der ascona b dann der dran sl und jetzt der m3 und ihr könnt schon mal gespannt sein welcher nächsten donnerstag kommt heute habe ich gar keine richtigen news für euch denn das was ich jetzt erzähle ist eigentlich schon bekannt ford und vw planen nämlich alexa also den amazon echo dort spricht den digitalen oder sprachassistenten von amazon ins auto zu holen ich weiß dass einige bastler da draußen gibt die schon quasi ihren echo dort ins auto gepackt haben einfach mit dem lte router 12 volt transfermeter oder beziehungsweise ganz normalen usb kabel angeschlossen und die unterhalten sich jetzt während der fahrt mit amazon beziehungsweise mit alexa kann man machen aber da fehlt natürlich noch die integration ins auto und die soll halt laut ford und vw demnix passieren und ich könnte mir vorstellen dass auf der ira da jetzt so die ersten anwendungsbeispiele zu sehen sind aber meine frage an euch ich bin ein großer fan davon sachen mit der hand zu bedienen ich bin aber auch mittlerweile ein großer fan von der gestensteuerung von bmw nämlich lauter und leiser machen das funktioniert auch sehr sehr gut und ich bin auch ein großer fan tatsächlich von siri das heißt meinem sprachassistenten von apple ich habe aber auch eine alexa und ich musste die gerade ausschalten weil die wollte mir immer hier zwischen meine aufnahme quatschen würdet ihr sowas nutzen ist das was für euch ist das wirklich ja hip trendy muss man so was im auto haben und welche anwendungsfälle seht ihr da ich persönlich lassen mir von alexa zum beispiel sachen auf meiner einkaufsliste schreiben ja es ganz einfach alexa setzte das und das auf die einkaufsliste und dann habe ich es im handy ich könnte mir aber auch vorstellen dass ich mich über alexa informieren lasse dass ich alexa nutze zur bedienung von spotify weil ich sag mal so alles was wir in der zukunft nicht mehr berühren müssen im auto wo wir den blick von der straße abwenden ist ja eigentlich ein sicherheitsgewinn oder sagt mir mal sagt mir mal in die kommentare würdet ihr alexa oder siri oder was auch immer im auto benutzen und für welchen anwendungsfall welchen anwendungsfall seht ihr da ja und schwuppdiwupps sind wir auch schon in der social media ecke und da dreht sich momentan einfach alles um die iaa es startet da so langsam die vorkommunikation die hersteller hauen so ein paar teaser raus die hersteller hauen auch schon wieder die ersten pressemitteilungen raus zur iaa und das heißt man könnte eigentlich jetzt täglich videos machen oder newsbeiträge machen zur iaa und das ganze spielchen geht jetzt halt wirklich bis zu iaa genauso durch das heißt wir können täglich rein theoretisch irgendwelche news abfeiern und das ist auch so mit der grund warum diese messen für mich jetzt also für mich als 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 ja für mich als jens wissen nicht mehr ganz so interessant sind weil im vorfeld halt auch schon alles raus gefeuert wird es gab letztens eine überraschung da stand der ford gt auf einer amerikanischen messe und haben uns alle überrascht den wussten wir nämlich gar nichts von und das war wirklich du gehst über eine messe und stehst dann einmal vor diesem fahrzeug und denkst dir so und das war wirklich ein schöner moment und deswegen liebe ich auch tatsächlich amerikanische messen denn von amerikanischen herstellern kriegt man ja hier drüben nicht ganz so viel mit und da sieht man halt wirklich noch ein paar überraschungen und erlebt dann dieses aha gefühl noch ja und jetzt müsste eigentlich ein spieler kommen den zuschauer fragen denn ich habe immer wieder ein paar rausgesucht bzw zuschauer fragen und ansagen und mickey sagt und fragt also ich finde das studio so gut wie es ist ich wünsche dir euch viel spaß bei der gamescom und wow du fährst bei der creme 1 20 mit eines tages fahr ich da auch mal mit was fahrt das fahrzeug habe ich schon muss nur noch etwas älter werden mit welchem wagen fährst du mit mit deinem eigenen oldie oder bist du eingeladen mein eigener oldie ist ja noch gar kein oldie ich habe ja nissan bluebird der ist baulier 90 damit dürfte ich schon bei der creme 1 20 mitfahren denn ist ja eine youngtimer rallye aber nein ich bin tatsächlich eingeladen von bmw und ich werde mir damit dem ralf ziegler das kann ich mal sagen das auto teilen und mit ihm zusammen werden wir die creme 1 20 wuppen und das ist für mich ein ganz ganz spannendes experiment dass nämlich das erste mal dass ich bei der creme 1 20 teilnehmen wo ich den fahrer beifahrer den fahrer den partner im auto halt nicht gut kenne ja wir kennen uns aus dem internet wir haben ein paar mal telefoniert aber wir kennen uns gar nicht so persönlich und das wird eine ganz spannende erfahrung deswegen nehme ich euch auf diese erfahrung mit und zwar wird es bei radapp.com auf facebook live stream zu dem thema geben und natürlich vielleicht auch mal die ein oder andere zusammenfassung hier bei youtube denn ich muss ja auch von der creme 1 20 quasi euch berichten alex wieland wünscht sich autos als hintergründe das heißt also jetzt hier hinter anstatt das studio und anstatt dem grünen tuch hier autos sehe ich nicht sehe ich wirklich nicht weil da müsste ich mich ja immer für autos entscheiden dann wäre ich auch gar nicht mehr so unabhängig wenn ich jetzt dann nur meine lieblingsautos zeigen würde weiß ich nicht und fantasie autos weiß ich jetzt auch nicht ich habe mir schon überlegt ob ich mir so eine rückbank hinstelle von so einem auto bin ich immer auf so eine rückbank setze und dann tatsächlich dass da hinten vielleicht grün lasse oder weiß mache oder ich habe keine ahnung weiß ich nicht muss ich mir mal gedanken darüber machen aber autos als hintergründe sehe ich nicht und christoph fans sagt ich finde das studio cool vielen dank ja jetzt weiß ich nicht wie man das ausspricht ich sag mal schoschnibab fragt wieso fängst du mit deinen eigenen karte also nicht mal lesen kann ich schoschnibab fragt wieso fängst du nicht mit deinen eigenen car reviews an wäre doch eine gute idee mal selber ein auto vorzustellen ein bisschen was darüber zu erzählen muss ja kein zwei stunden video werden wie bei ausfahrt tv aber ich glaube das würde ganz gut ankommen grüße grüße gehen zurück ich weiß nicht genau ob du jetzt meinst ob ich überhaupt car reviews mache denn da gibt es schon eine ganze menge von und auch meine eigenen fahrzeuge also zumindest den golf 3 den habt ihr gesehen und auch unseren familienwagen den vw caddy das auto meiner frau ja die beiden gibt es zu sehen der nissan bluebird soweit ich weiß noch nicht und den mache ich mal wenn das wetter ein bisschen besser ist und ich lange weile habe dann stelle ich euch auch mal den nissan bluebird vor so machen wir das oder so und das war jetzt mal eine ganz chillige nummer hier am freitag wie gesagt falls ihr das video gestern nicht gesehen habt gerne mal reingucken e 30 m3 liegt mir sehr im herzen der throwback first day ansonsten wünsche ich euch ein wunder wunderschönes wochenende nächste woche so viel muss ich schon mal sagen wird mittwoch und freitag wahrscheinlich kein video geben denn nächste woche gönne ich mir ein bisschen haltet euch fest urlaub montag gibt's noch news wie immer mittwoch und freitag kann ich euch noch nicht versprechen sage ich über montag bis dahin erstmal ein wunder wunderschönes wochenende bleibt mir gewogen bis nächste woche jetzt tschüss